... die lokalen Standards eingehalten werden und dann natürlich gemeinsam zusammen mit der Politik und Verbänden darauf gedrungen wird, dass sich die Standards hier in China entsprechend entwickeln und wir zu einem höheren und größeren Umweltbewusstsein kommen. Doch neue, moderne Kläranlagen kosten viel Geld. Diese Investitionen würden die Jeans teurer machen. Dieser erste Besuch war angekündigt und somit offiziell. Wir fragen uns aber, ob wir die wirklichen Abgründe der Jeans-Produktion schon gesehen haben. Zurück im Hotel treffen wir einen chinesischen Informanten. Er will in die Jeans-Fabriken, in denen ausländische Journalisten unerwünscht sind. Um ihn zu schützen, stellen wir die Szene hier nach. Unser Informant wird sich tarnen, im Team auftreten und filmen. Erkannt werden darf er nicht. China ist immer noch ein totalitäres Land mit vielen journalistischen Tabus. Wir fahren nach Shintang, in die sogenannte Welthauptstadt der Jeans. Allein hier werden jährlich 260 Millionen Hosen produziert. Kameramann Jiang kennt zwei Fabriken, wo er glaubt, Einlass zu finden. Jiang darf in die Weberei und filmen. Hier wird der Baumwollstoff gewoben. Er ist bereits gefärbt. Blau überall. Die Farbe enthält Phenole und verschiedene Azo-Farbstoffe. Einige davon können krebserregend sein. Der Abrieb geht in die Luft. Die Fasern wurden zuvor mit Etz, Natron und Säure behandelt, um die Farbe besser aufzunehmen. Es ist brütend heiß und die Lüftung verdient ihren Namen nicht. Die verrottenden Gitter zeigen das, was die Menschen hier einatmen müssen. Blauer Staub auch nebenan in der Näherei, wo der fertige Jeansstoff zugeschnitten und zu Hosen vernäht wird. Akkordarbeit für Chen Lin. Er macht die rechte Gesäßtasche. Seine Frau Mai kam mit ihm aus einem armen Dorf in die Jeansfabrik. Sie näht die linke Gesäßtasche. Er sieht nur ihren Rücken, den ganzen Tag. Und Hosentaschen nichts als Hosentaschen. Ich arbeite 15, manchmal auch 16 Stunden am Tag. Mittags mache ich eine Stunde Pause. Morgens um 8 Uhr fängt die Arbeit an und geht bis mindestens 23 Uhr. Na ja klar, die Jeansnäherei ist schon anstrengend. Aber wenn du dich erst einmal daran gewöhnt hast, dann geht es irgendwie fast automatisch. Da kommt man auch mit weniger Schlaf aus. Ich bin ja schon über 10 Jahre dabei. Da hat man irgendwann mal Routine. Ganz oben, über der Jeansfabrik, sondiert Herr Tang die Lage. Der Fabrikbesitzer hat ehrgeizige Pläne. Er will reich werden. Deshalb sieht er Pausen seiner Arbeiter nicht wirklich gerne. Die Malochen 30 Tage durch, haben nur einen Tag im Monat frei. 180 Leute beschäftigt er bereits. Herr Tang träumt davon, dazu zu gehören, zu Chinas aufstrebender Wirtschaftselite. Doch für ihn noch ein langer Weg. Er gönnt sich keinen Luxus, denn er zahlt noch einen Kredit ab, mit dem er alles finanziert. Und der Baumwollpreis steige und steige, klagt er. Mit Jeans kannst du im Moment kein gutes Geld verdienen. Es reicht so, um zu leben. Gerade die Kunden machen oft Probleme. Da hast du vorher mit ihnen 40 Yuan pro Hose vereinbart. Und dann sagen sie plötzlich, dass sie die Hosen nur für 35 Yuan abnehmen werden. Einfach so. 5 Yuan weniger. Viele europäische und auch amerikanische Kunden zahlen ihm also weniger als 4,30 Euro pro Jeans. Da zählt jeder Cent. Ich habe selbst mal klein angefangen. Vor 12 Jahren habe ich noch als Arbeiter genau diesen 20 Zentimeter langen Abschnitt der Jeansnaht genäht. Doch darin war ich gut. Später wurde ich befördert in die Exportabteilung. Dort habe ich Leute getroffen, die später meine ersten eigenen Kunden wurden. Doch so schnell es manchmal nach oben geht im Jeansgeschäft, kann es auch wieder abwärts gehen. Das weiß auch Herr Tang. Dort unten haben sie andere Probleme. Den Fabrikarbeitern stecken bereits acht Stunden in den Knochen. Sieben liegen noch vor ihnen. Nur eine kleine Mahlzeit brät Chen Lin sich und seiner Frau. Nachmittagspause. Essen und Wohnen auf vier Quadratmetern. Dafür haben sie ihr Heimatdorf verlassen. Doch das große Glück im Blue Jeans Wunderland ist ausgeblieben. Alles wird immer teurer. Ein halbes Kilo Schweinefleisch kostet heute schon 16 Yuan. Und auch der Gemüsepreis hat sich verdoppelt. Das ist zu teuer. Also die Preissteigerungen fressen unseren Lohn auf. Ich verdiene manchmal nur etwas über 2000 Yuan. Und meine Frau verdient viel weniger. Umgerechnet sind das etwa 300 Euro monatlich, die beide zusammen in der Tasche haben. Nach 30 Tagen in Doppelschichten. Sie hoffen wie in jedem Monat, dass das Geld ausreicht, das sie nach Hause schicken. Zu ihren Eltern und ihrer Tochter, die sie dort zurücklassen mussten. Herr Tang wartet auf neue Aufträge für seine Fabrik. Denn immer mehr Unternehmer drängen auf den überhitzten Jeans-Markt. Da trifft es sich gut, dass heute ein Agent, ein Zwischenhändler vorbeikommt. Wong Yuan bringt Design-Entwürfe eines ausländischen Kunden vorbei. Die Zusammenarbeit mit der Jeans-Fabrik läuft so. Meine Firma bekommt Bestellungen und die leite ich weiter an Herrn Tang, der dann genau nach den Wünschen der Kunden herstellt. Entscheidend ist dabei die Qualität, die muss stimmen. Und pünktliche Lieferung. Wie genau es in der Fabrik aussieht, scheint die westlichen Auftraggeber nicht zu interessieren. Sie überlassen alles dem Zwischenhändler. Wer seine Kunden in Europa sind, will er nicht verraten. Also die Namen dieser Kunden kann ich Ihnen nicht sagen. Betriebsgeheimnis. Herr Tang präsentiert stolz, was ein massives Problem für die Umwelt und seine Arbeiter darstellt. Aber er mache alles, was gewünscht werde. Unsere spezielle Behandlung macht die Jeans so schön ausgewaschen. Es gibt viele chemische Mittel. Manche davon sind nicht umweltfreundlich. Wir benutzen aber nur umweltfreundliche. Diese Hose wurde mit unterschiedlichsten Bleichtechniken bearbeitet. Das ist der wichtigste Arbeitsschritt. Wir sind wieder unterwegs mit Karl Borgschulze, dem Nachhaltigkeitsberater aus Hongkong. Er will uns heute noch eine andere Fabrik zeigen. Hier sollen mehrere deutsche Firmen produzieren lassen. Hier treffen wir zwei deutsche Importeure. Sie entwerfen Jeans, lassen sie in dieser Fabrik produzieren und verkaufen sie dann unter anderem an New Yorker Jeans Fritz und Kik. Der neue Trend für Kik, gelbe Jeans. Gearbeitet wird auch hier hart im Akkord, egal wer der Kunde ist. Wir haben Ihre klaren Vorgaben, was eingehalten werden. Der Betrieb hier kennt auch die Kik-Standards, die wir einhalten müssen. Aber ob der jetzt Kik, ob er auch der Bauer macht oder Otto oder New Yorker, das ist für den eigentlich relativ egal. Der wird das am Akkordlohn bezahlt. Alles geschieht in Handarbeit. Denn der Mensch ist williger als jede Maschine. Nur nicht so präzise. Alles muss immer gleich aussehen, 100 Prozent. Und dadurch, dass es eine Handarbeit ist, fallen natürlich oft die rechte und linke Seite unterschiedlich aus. Das ist Handwasch mal höher, mal länger gezogen, mal breiter, mal schmaler. Und das ist natürlich sehr schwierig bei einer hundertprozentigen Handarbeit zu kontrollieren. Handarbeit, die bei uns wertvoll und teuer ist, hier wird sie zum Makel, mit dem man den Einkaufspreis drücken kann. Auf einmal hören wir einen infernalischen Lärm. Mit Hochdruck werden die Flusen aus den Jeans geblasen. Ich denke, dass der junge Mann Mitte 20 ist und wenn er so weitermacht oder unter solchen Umständen arbeitet, ist er natürlich sehr kritisch. Dann müsste er eigentlich in einem Jahr taub sein. Also wie gesagt, wir müssen das klären. Also das ist etwas, was wir auch nicht dulden, was wir auch nicht wollen. Trotzdem lässt er hier weiter produzieren. Eddie Knapp-Heides China-Geschäfte laufen seit zehn Jahren. Seine Mode ein reines Saisongeschäft. Verträge gibt es immer nur für genau ein Hosenmodell. Ist er zu teuer, bekommt ein anderer den Auftrag. Doch könnte er mehr bezahlen, würden die Arbeiter dann auch mehr verdienen? Das, was ich mehr bezahle, bedeutet ja nicht mehr Qualität. Also ich kann mir auch eine felsliche Hose kaufen, die unter den gleichen Umständen gemacht worden ist. Da ist die Margen, keine Ahnung, tausendfach. Und ich habe trotzdem die gleichen Qualitätsprobleme in so einer Hose. Und da glaube ich nicht, dass der Näher oder die Näherin das Geld letztendlich in ihre Tasche bekommen. Alle machen es offenbar und niemand will es ändern. Wer verdient so richtig an den Jeans? Wir recherchieren und finden einen der größten Exporteure, Asmara. Die Firma kauft gigantische Massen an Kleidung ein und verkauft sie weiter. Nach eigenen Angaben zum Beispiel an die Hamburger Firma Tom Taylor und an Mustang, die uns nicht sagen wollten, woher sie ihre Jeans beziehen. Ihr Firmensitz, Hongkong. Wir fahren von Guangzhou noch einmal nach Hongkong. Der Firmensitz von Asmara wird im Internet mit der Castle Peak Road angegeben. Auf schriftliche Anfragen um ein Interview gab es keine Antworten. Nun wollen wir persönlich fragen. In einem schäbigen Hochhaus soll der Handelsgigant sitzen. Doch die Türen von Asmara bleiben verschlossen. Es geht zurück nach Shintang. Dorthin, wo auch deutsche Unternehmen ihre Jeans produzieren lassen. Es gelingt uns, in der Chemieabteilung einer Jeansfabrik zu drehen. Beißender Chemiegeruch und kein Mundschutz. Alles für die Modewünsche westlicher Kunden, die Jeans möglichst ausgeblichen wollen. Nicht mal zwei Meter entfernt entdecken wir das weltweit geächtete Sandstrahlen. Es trimmt die Jeans auf alt. Doch der feinste Sandstaub frisst sich auch in die Lungen der Arbeiter. Nach Jahren wartet oft der Tod durch Silikose, Staublunge. Diese Lösung bietet keinen Schutz. Die gefährlichen Partikel fliegen durch die ganze Fabrik. Auch Xu Feng atmet sie ein. Dazu noch die Substanz, die er selbst versprüht. Zum Nachbleichen. Die chemischen Mittel? Also was soll ich sagen? Da gibt es so viele. Wie soll ich die alle aufzählen? Ich habe keine Ahnung, es sind so viele. Der Meister alleine macht die Mischung und gibt sie mir dann. Offenbar wird hier Hypoklorid versprüht. Ein aggressiver Stoff. Äußerst gesundheitsgefährdend. Xu Feng soll bei seinem Meister antreten. Jenem Mann, der den Arbeitern die Giftcocktails zusammenmixt. Qualitätskontrolle. Auch Xu Feng muss abliefern. Jeder künstlich erzeugte Fleck an der richtigen Stelle sitzen. Anschließend wird gewaschen. Mehrmals, damit die Jeanskäufer im fernen Deutschland von der Chemie nichts bemerken. Tatsächlich werden nur noch selten in Jeans giftige Rückstände nachgewiesen. Der Waschaufwand wurde dafür dramatisch erhöht. Etwa 200 Liter Wasser werden für die Produktion von einem einzigen Kilo Jeans